Hallo zusammen. Wir alle kennen die Probleme von Diäten, doch nicht viele Menschen finden ihren Weg daraus. Und ich möchte dir in diesem Video 10, 15 Jahre Erfahrung von mir als Arzt mitgeben. Seit ungefähr sieben Jahren arbeite ich hauptberuflich in dem Themenbereich der Gewichtsteuerung. Da gehört eine ganze Menge dazu. Es ist gar nicht so einfach, das Thema in der heutigen Zeit zu bewältigen, aber es ist möglich und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte zuerst nochmal auf die Probleme von Diäten zu sprechen kommen, auf einen möglicherweise blinden Fleck hinweisen, den ich in der Abnehmwelt sehe und dann natürlich den Umgang mit dir besprechen, wie du einen Alltag für dich erschaffen kannst, der a. alltagstauglich für dich ist und auch b. Genuss mit berücksichtigt. Und das ist auch der erste Punkt, der ein großes Problem von Diäten ist. Genuss und Lebensqualität steht dabei nicht im Vordergrund. Doch ist eine Strategie für die Gewichtsteuerung nur dann wirklich langfristig, wenn sie die Lebensqualität mit sich bringt, die wir auch in unserem Leben haben wollen? Und oft ist es auch so, dass wir einfach radikale und nicht alltagstaugliche Ansätze absolvieren und da kein langfristiger Plan dahinter steckt. Die meisten wissen schon, dass wir das Thema nicht über einen kurzzeitigen Einsatz lösen können, über eine Diät in Anführungszeichen, nicht die Ernährungsweise, sondern eine zeitlich begrenzte Zeit, in der ich mal ordentlich Kilos runterbringe. Dadurch wird das Thema nicht gelöst. Wir brauchen irgendwo eine Lebensweise, ein Verständnis, einen Umgang mit diesem Thema. Und der Punkt, den ich in der Abnehmwelt vermisse, ist, dass wir nur mit dem vorhandenen Verbrauch steuern und diesen nicht erhöhen. Wir steuern nur über weniger Essen und mehr bewegen unser Gewicht. Und das ist nur die halbe Seite der Medaille. Da kommen wir gleich mehr darauf zu sprechen. Das möchte ich gleich mehr entpacken. Aber es gibt ein weiteres großes Problem. Nämlich die Sicherheit, die durch ein starres Konstrukt von Diäten eben entsteht. Wir haben das Gefühl, dass wenn wir eine Diät machen, einen Plan verfolgen, egal ob Metabolic Balance, Brigitte-Diät oder auch Punkte oder Kalorien einhalten, dass alles gut ist, solange wir diesen Plan einhalten können. Und dieses starre Konstrukt, dass wir uns da selber überstülpen, gibt eine vermeintliche Sicherheit. Der Fakt ist aber, wenn du das Thema nicht selbst navigieren kannst, bist du von irgendetwas abhängig. In dem Fall der Diäten, von dem Plan der Diäten, die häufig nicht so sehr für den Alltag gemacht sind. Ich muss dann weiter zählen, um weiter Kontrolle aufrechtzuerhalten. Ich muss die Pläne weiter verfolgen. Oder irgendwie ein Experte muss mir erklären, wie ich mich in meinem Leben verhalte. Das ist natürlich ein Problem. Und Lebensqualität entsteht auch durch die Freiheit, die wir im Alltag ausleben können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du flexibel in deiner Ernährung sein kannst und auch mal spontan ein Stück Kuchen essen kannst. Und bevor wir weiter über das Abnehmen sprechen und das Gewicht verlieren, einmal auf den Punkt, der vielleicht noch ein blinder Fleck bei vielen Personen ist. Das ist der Punkt, dass wir dieses Thema, die Gewichtsteuerung, nicht über Disziplin lösen und möglichst viel Einsatz. Das ist ja genau auch der Gegenteil von Freiheit in der Ernährung, von Lebensqualität. Lebensqualität. Nein, die Lösung findet durch die Herangehensweise statt. Und eben nicht darüber, sich perfekt zu verhalten oder sich auch den Druck aufzuerlegen, sich möglichst gut zu verhalten. Eine gute Strategie basiert nicht auf deiner Disziplin. Wir dürfen dir die Gewichtsteuerung wieder einfacher machen, indem wir auch deinen Verbrauch erhöhen. Und das ist eben das Problem, dass die meisten Personen immer nur weniger essen und sich mehr bewegen und damit nur die vorhandene Bilanz steuern, die vorhandene Kalorienbilanz. Die Frage ist aber auch, woher entsteht die denn? Und das ist auch der Punkt, dass wir verstehen können, warum unterschiedliche Personen bei dem gleichen Verhalten unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Wenn eine Person schon einen recht restriktiven Alltag führt, beispielsweise 1500 Kalorien zuführt, 10.000 Schritte pro Tag macht und vielleicht dreimal die Woche irgendeine Form von Ausdauersport, dann bediene ich ja dadurch die Bilanz, die ich habe. Und das ist mein Einsatz in Richtung weniger essen und mehr bewegen. Aber wie viel ich dadurch abnehme, durch diese Verhaltensweise, das wird durch meinen Verbrauch von Haus aus reguliert. Und darauf können wir Einfluss nehmen. Und das ist der Grund, warum bei den gleichen Diätansätzen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ergebnisse haben. Das Problem dabei ist, dass unser Körper, unser Gehirn auf die Gewichtssteuerung reagiert. Das heißt, wenn wir da ein großes Auf und Ab haben und immer wieder in die Abnahme gehen und mehrmals Diäten benutzen über das Leben, dann drosselt der Körper die Stoffwechselrate. Nicht nur das, und das ist durch unser Gehirn vermittelt, auch durch die hormonelle Situation. Nicht nur das, wir bauen häufig auch oft Muskulatur ab. Und das ist ein zweites Problem. Es gibt eine Studie, die ich dir hier zeigen möchte. Darin ist aufgearbeitet, dass wir, wenn wir ungefähr 10% des Körpergewichts abnehmen, das heißt von 100 Kilo auf 90 Kilo oder 70 Kilo auf 63 Kilo, dann verbrauchen wir durch diese Abnahme 4 bis 500 Kalorien weniger pro Tag. Und das sind vor allen Dingen die unsere Spontanbewegung, aber auch unsere Temperaturregulierung und auch unsere Kraft in der Muskulatur, wie stark sich eine Muskelfaser zusammenziehen kann. Das ist alles zentral geregelt. Das ist noch gar nicht unsere Körpermasse an sich. Und das macht uns hier das Leben schwer in der Abnahme, in der Gewichtssteuerung. Ich betreue viele Personen mit 1200 Kalorienverbrauch. Das ist schon wirklich ein Extremfall. Oder mit 1500 Kalorien, 1800 Kalorienverbrauch. Das ist alles reduziert. Und das legt natürlich fest, wie wenig ich schon essen muss und wie viel Sport ich betreiben muss, um erfolgreich in die Abnahme zu kommen. Und da ist doch die Frage, wenn wir schon so einen reduzierten Verbrauch haben, soll da wirklich die Lösung sein, noch weniger zu essen und sich noch mehr zu bewegen? So wird das Thema häufig bedient. Meine Antwort ist da ganz klar, nein, wir dürfen uns ansehen, wie anstrengend die Gewichtssteuerung schon ist. Und wenn es zu anstrengend wird und ich noch nie einen solchen Aufbau meiner Stoffwechselrate gemacht habe und auch noch nie wirklich mich aktiv um die Muskulatur gekümmert habe, dann sollte ich diesen Weg einschlagen, um die Abnahme danach wieder einfacher zu machen. Daher ist auch mein Versprechen an dich, wir können dich aus dieser sehr eingeschränkten Situation und dieser sehr disziplinreichen Situation rausholen. Und eine gute Lösung funktioniert durch eine gute Strategie, durch eine gute Herangehensweise, die ganzheitlich unseren Körper betrachtet und natürlich auch mit dem Verständnis, dass sich unser Verbrauch herunterdrosseln kann. Also, die Lösung ist oft nicht mehr Disziplin, das haben die meisten schon bis in den Exzess betrieben, sondern eine andere Herangehensweise. Statt nur den Abbau zu betreiben, möchte ich vielleicht auch mal einen Aufbau betreiben und meine Muskulatur steigern und vor allen Dingen mein Gehirn wieder verschwenderischer machen, anstatt über die Abnahmen mein Gehirn immer wieder effizienter zu machen. Das Ganze funktioniert über Reize. Und das Kaloriendefizit an sich ist schon der Reiz, dass mein Körper den Verbrauch drosselt. Ich möchte, dass ihr ein Leben ohne Diäten führen könnt und dazu werde ich ein kostenfreies Webinar halten am 10.11. um 11 Uhr. Das wird ungefähr eine 90-minütige, vielleicht auch in Richtung 120-Minuten-Präsentation, je nachdem, worüber wir alles stolpern. Und anschließend möchte ich deine Fragen beantworten. Da hatten wir letztes Mal eine Menge Freude, eine Menge Teilnehmer und wir wiederholen das Ganze. Da gebe ich dir einen Einblick, wie ich über Gewichtsteuerung nachdenke, wie wir das Ganze ohne Zählerei machen können, mit Genuss und eben auch ganz klar, wie ein solcher Aufbau aussieht und funktionieren darf. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Beschreibung, wie gesagt, der 10.11. um 11 Uhr. Kommen wir mal mehr dazu, wie du dir ein Leben ohne Diäten erschaffen kannst beziehungsweise auch solche starre Konstrukte verlassen kannst. Denke größer, handle kleiner. Und was meine ich mit denke größer? Wir müssen uns erst mal klar machen, was denn unsere Vision überhaupt ist. Wie soll denn unser Leben aussehen? Wie soll die Lösung für die Gewichtsteuerung in unserem Leben aussehen? Und da bin ich der Meinung, dass wir mit Genuss, mit Flexibilität, mit Spontanität und vor allen Dingen auch Lebensqualität, was alles irgendwo mit inkludiert, den Weg gestalten müssen. Nicht dürfen, sondern müssen. Ansätze ohne Lebensqualität funktionieren nur für kurze Zeit. Und dann ist die Frage wirklich, was mache ich denn danach? Man kann mal eine Zeit recht radikal sein in seinem Verhalten und auf Alkohol und Süßigkeiten verzichten. Aber nur, wenn ich verstehe, wie ich dann in der schwierigeren Situation auch mein Gewicht dann weiter steuern kann. Und genauso wichtig ist mir auch zu verstehen, was wir nicht wollen. Wir wollen kein Perfektionismus in der Ernährung. Das möchte ich auch nicht. Das möchte ich auch nicht für dich. Natürlich ist es relevant, was wir essen. Und das hat einen großen Einfluss darauf, wie gut wir gesättigt sind und wie auch unser Körper mit den Nährstoffen arbeiten kann. Ich möchte aber kein Perfektionismus. Ganz klar. Ich möchte mal ein Stück Kuchen essen können. Ich möchte mal ein Eis essen können oder auch ein Aperol trinken können. Und da möchte ich flexibel sein. Ich möchte die Lebensqualität hochhalten und trotzdem gute Ergebnisse erreichen. Wie kriegen wir das hin? Ich möchte natürlich auch keinen Druck haben. Und deswegen möchte ich dir ganz klar sagen, nutze die Diätansätze. Lerne aus ihnen. Jede Diät versucht, deine Sättigung A zu verbessern. Über das, was wir essen. Meinetwegen auch über Schlaf und Stress. Das sind drei große Faktoren, die unser Hungergefühl ausmachen. Und B möchte dich eine Diät erfolgreich in das Kaloriendefizit bringen. Nur wenn du erfolgreich in das Kaloriendefizit kommst, nimmst du auch wirklich ab. Beides ist richtig und wichtig. Und Diäten sind auch nicht falsch. Die Frage ist, was funktioniert für uns langfristig? Und die Frage ist auch, wo scheitern denn diese Pläne? Woran scheitert es wirklich? Um zu verstehen, wo und warum der Ansatz scheitert, muss ja klar sein, wie du überhaupt leben möchtest. Ich brauche ja eine gewisse Vorstellung davon, was für mich okay ist und was für mich nicht okay ist. Wenn es für dich okay ist, nie wieder Süßigkeiten zu essen und immer nach einem Plan zu essen und immer Kalorien zu zählen, ja Mensch, also dann hast du wahrscheinlich leichtes Spiel. Wenn du dann noch keinen Alkohol trinken möchtest und jeden Tag Sport machen möchtest, also dann wirst du kein Problem haben. Aber für die meisten Menschen ist das eben nicht okay. Es muss klar sein, wie du überhaupt leben möchtest und das Größte, was mir damals aufgefallen ist, Mensch, ich möchte nicht langfristig oder sogar mittelfristig Kalorien zählen. Das heißt, ich möchte einen Ansatz finden, der ohne diese Zählerei funktioniert. Aber trotzdem sind die Daten, die wir aus dem Zählen generieren, natürlich wichtig. Es geht um die Kalorienbilanz. Wie kriege ich das jetzt ohne hin? Es muss klar sein, was in Ordnung ist und was nicht. Und nochmal, Disziplin ist da nicht die Lösung, auch wenn sich das ganze Thema so anfühlt. Wie gesagt, das lösen wir auch über die Stoffhexerate. Die Strategie muss für dich passen und nicht andersherum. Und deswegen wollen wir eine Vision ausbilden und eine Anti-Vision, damit unserem Bewusstsein auch klar ist, Mensch, das hier will ich ja sowieso nicht. Und wenn dann der Gedanke und der Druck hochkommt, dass ich mich ja perfekt ernähren sollte und nicht das Stück Kuchen essen sollte, dann weißt du schon ganz klar, ja Mensch, also das ist ja sowieso nicht das, wie ich das leben möchte. Das heißt, es ist vielmehr die Frage, wie kann ich denn das Stück Kuchen in meiner Woche integrieren? Wir alle haben schon Ansätze versucht, die nicht prickelnd waren. Also das haben wir wahrscheinlich schon alle gemacht. Da dürfen wir lernen, wie die Lösung nicht aussehen darf. Da dürfen wir unser Verständnis der Anti-Vision füllen. Und da würde ich auch dir empfehlen, dir das mal aufzuschreiben, auch wenn es nur Bullet-Points in der Notizen-App auf dem Handy sind, aber wirklich mal klar darzustellen, Mensch, das hier will ich wirklich nicht und hierzu, dazu bin ich vielleicht bereit. Das entpacken wir jetzt ein bisschen mehr. Bei mir gab es da verschiedene Klickmomente und das war damals noch im Studium, so mit 24, 25, 26, als ich die Ernährung wirklich umgewälzt habe. Und das war auch eine Zeit, in der beide Schultern von mir operiert wurden, 2013, und ich zwei Jahre keinen Sport machen konnte. Und aus der Erfahrung war mir auch klar, dass es nicht sein kann, dass man abhängig von Sport ist. Daher kommt meine Erzählung, dass Ausdauersport eine der schlechtesten Strategien ist für die Gewichtssteuerung, weil es wird immer mal Momente geben, wo man nicht die Zeit oder auch die Lust hat. Und die Lust und unsere Motivation für unser Verhalten ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Eines ist mir absolut klar geworden, als ich damals so meine fünf, sechs kleinen Mahlzeiten gemacht habe, wie das damals eben empfohlen wurde. Ich will mich satt essen können. Ich will nicht mehrere Tage am Stück irgendwie bei jeder Mahlzeit denken müssen, Mensch, wie viel darf ich da jetzt essen? Ich möchte gar nicht überhaupt bei jeder Mahlzeit darüber nachdenken müssen, wie viel ich jetzt hier esse. Ich möchte da auch in den Mahlzeiten meinen Instinkten folgen. Und ich denke, es ist schon eine Leistung, sich nicht in einer Mahlzeit satt zu essen. Da kommen wir gleich noch mal auf dem Wochenschema drauf. Der nächste Punkt ist, ich will mich nicht perfekt ernähren müssen. Ich möchte ein Stück Kuchen, mal ein Aperol trinken, mal die Toffifee oder die M&M's essen. Ich möchte auch einfach mal nur Nudeln mit Tomatensauce essen, damit es schnell geht. Oder auch einfach eine Brotzeit machen. Das alles ist natürlich sehr suboptimal für die Gewichtsteuerung, aber das muss möglich sein. Und eben der dritte Punkt, ich möchte auch nicht abhängig von Sport sein müssen. Und diese verschiedenen Punkte habe ich für mich durch verschiedene Werkzeuge, die ich eben in meinem Alltag anwende, gelöst. Intervallfasten oder die Idee einfach, wie oft und wann ich essen möchte, hat viel damit zu tun, ob ich mich überhaupt satt essen kann und ob auch meine Ernährung vielleicht etwas weniger perfekt sein darf, weniger gut. Intervallfasten auf täglicher Basis ist da wirklich, also ich meine dabei auch die Idee, nicht ein Modell wie 16 zu 8, sondern einfach die Idee, Mensch, ich möchte vielleicht nicht den ganzen Tag essen und vielleicht sind mir zwei Mahlzeiten auch lieber als vier, weil vier mehr Aufwand haben und dann muss ich ja automatisch die Portionsgrößen reduzieren. Also diese drei Punkte waren Klickmomente für mich, dass ich verstanden habe, nee, also so soll das Thema ja sowieso nicht laufen. Okay, dann mache ich das auch so nicht und das bedeutet, dass meine Gewichtsteuerung funktionieren muss, wenn ich mich mal satt esse, wenn ich mich mal nicht perfekt ernähre und auch wenn ich mal keinen Sport mache, was zum Beispiel auch zu großen Strecken in diesem Jahr für mich der Fall war. Im Gegenzug, was ist denn das, wozu wir bereit sind, was ist denn okay zu tun? Und da sage ich von meiner Seite, also für mich ist es durchaus okay, morgens nichts zu essen. Ich habe mich daran gewöhnt, wir gewöhnen uns über das Hormon Grillin an die Timings der Mahlzeiten, von daher ist es für mich das Normalste der Welt, schon seit vielen Jahren morgens nichts zu essen und dann schaue ich, Mensch, wann habe ich denn Hunger, wann bietet es sich denn an und dann esse ich meist rund um die Mittagszeit und das ist für mich absolut okay. Ganz im Gegenteil, das bereichert sogar meinen Alltag, weil ich mich morgens dann nicht erst mal mit dem Frühstück beschäftigen muss, sondern schon direkt andere Dinge machen kann. Zweitens finde ich es auch gut, Schritte zu sammeln. Durch mein Verständnis der Gesundheit und durch mein Verständnis, was Schritte für mich machen, ist es für mich durchaus okay, Schritte zu priorisieren. Ich lasse dann häufiger mal das Auto stehen, bin bereit, ein bisschen weiter zu gehen, mache Botengänge meist zu Fuß und das ist für mich absolut okay und das entzerrt auch so ein bisschen den Alltag. Sport ist für mich natürlich ebenso okay, gerade Hobbys, aber auch eben Sport im Fitnessstudio. Das ist vor allen Dingen auch viel Zeit für mich, da kann ich mal wirklich rauskommen, da komme ich aus meinem Kopf mal in den Körper hinein, finde ich eine gute Sache, auch durch die gesundheitlichen Effekte. Soll in meinem Leben ja zu großen Teilen einen Bestand haben, so wie es eben in meinen Alltag passt. Ich finde es auch gut, meinen Körper mit guten Nährstoffen zu versorgen. Also finde ich einfach eine gute Sache. Das bedeutet aber nicht, dass ich das perfektionistisch mache, sondern mein Status Quo und das ist auch eine Frage, die ich an dich stellen möchte, was ich eben in meiner Arbeit erlebt habe, mein Status Quo ist es, schon auf gute und natürliche Lebensmittel zu achten. Und dazu gehören natürlich die Proteine, aber auch Gemüse und gesunde Fette. Und vielleicht eher komplexe Kohlenhydrate als einfach nur Weizenprodukte und die Croissants und die Milchbrötchen irgendwie am Morgen oder so etwas. Mein Status Quo in der Qualität der Ernährung ist nicht die Tiefkühlpizza, ist nicht die Frostertüter, auch wenn die qualitativ gar nicht so schlecht ist. Aber was ist dein Status Quo? Da habe ich schon viele Menschen kennengelernt, die es normal finden, Käsespätzle mehrmals die Woche zu essen oder mehrmals die Woche eben eine Tiefkühlpizza zu essen. Und das ist natürlich die Frage, wie wir da aufgewachsen sind, welche Gewohnheiten wir so mitbekommen haben, ob wir überhaupt kochen können. Aber das ist etwas, was sich wirklich eben lohnt, darauf zu achten und ich finde das sehr wertvoll für mich. Finde ich gut. Genuss darf absolut sein und soll für mich etwas Besonderes sein. Ich möchte nicht jeden Tag in Süßigkeiten greifen. Das finde ich einfach von der Lebensweise her nicht passend für mich, weil dann ist es ja eine Gewohnheit und dann ist es ja nichts mehr Besonderes. Wenn ich das mit dem Alkohol mache, dann wird es irgendwie auch zu der Gewohnheit und dann ist es ja auch nichts mehr Besonderes. Nee. Gewisse Dinge möchte ich in meinem Leben als besonders betrachten. Zum Beispiel auch einen komplett freien Tag. Das ist für mich auch etwas Besonderes, das ich regelmäßig machen möchte und das möchte ich dann auch besonders genießen. Das ist für nicht für jeden normal und die Freiheit möchte ich mir eben in meinem Leben nehmen, genauso wie der Genuss. Und jetzt möchte ich nochmal auf ein Problem zu sprechen kommen und ich finde das wirklich perfide in diesem Thema, weil wir natürlich bei viel Leistung, bei viel Verzicht gute Ergebnisse bekommen. Aber trotzdem ist diese Einschränkung und dieses restriktive Verhalten ja niemals die langfristige Lösung. und so wie das Thema eben beschaffen ist, werde ich belohnt auf der Waage und mit meiner Figur, wenn ich mich geißel und radikal verhalte. Das ist ein großes Problem. Eine Lösung und wirklich das Thema lösen können wir aber nur mit einer Lebensweise, die eben nicht auf Disziplin basiert. Also das ist irgendwie so ein Paradoxon, was in dieses Thema mit eingearbeitet ist. Langfristigkeit ist nur möglich ohne viel Anstrengung, aber viel Anstrengung gibt mir hohe Ergebnisse und dann kann ich schneller natürlich meine Ziele erreichen und den Schmerz mit meiner Figur beseitigen, den wir eben so mit uns rumtragen. Da möchte ich dir sagen, fall nicht in diese Falle. Es muss alltagstauglich sein. Das heißt, sei wachsam, wie anstrengend das Thema für dich ist und dann denk an die Dinge, die das Thema schwieriger machen. Und das ist vor allen Dingen Schlaf, Stress und eine niedrige Stoffwechselrate. Ein starres Konstrukt gibt uns vor allen Dingen auch Sicherheit. Das ist aber niemals die Lösung. Im Rahmen meiner Selbstständigkeit hier und meiner Arbeit hier hätte ich auch am liebsten jemanden gehabt, der mir sagt, Sven, mach einfach nur das und dann passt alles. Dann sind alle zufrieden. Ja, das hätte ich gerne gehabt, aber so funktioniert das einfach nicht. Ich durfte mir alleine meinen Weg hier gestalten und eine Arbeitsweise finden für mich, die mir Spaß macht und gute Ergebnisse erbringt. Und ich bin dabei 1 zu 1 Coaching rausgekommen, zumindest für den Moment noch. Für den Moment noch. Ein starres Konstrukt gibt Sicherheit, dann fühle ich mich wohl, weil solange ich ja das Richtige tue, ja Mensch, dann kann es ja nicht schief gehen. Aber das starre Konstrukt verbietet wieder Lebensqualität. Deswegen ist es nicht die Lösung für die allermeisten. Also für mich ist es definitiv nicht. Und das löst auch vieles aus, dieses Erleben über die Disziplin und dieses starre Konstrukt, nämlich das Alles-oder-Nichts-Gesetz, das hat sehr stark damit zu tun, den Druck, den wir erleben, uns richtig zu verhalten und auch Perfektionismus. Und da kommen so Gedanken hoch wie, ja Mensch, wenn ich es nicht schaffe, abzunehmen oder das Gewicht zu halten, dann bin ich zu schuld, auch gut, dann bin ich schuld und zu schwach. Das ist ja häufig die Denkweise, wenn das Gewicht wieder ansteigt oder wenn ich es nicht schaffe, abzunehmen, anstatt zu reflektieren, Mensch, warum ist das Thema so anstrengend? Und das wäre eine gute Überlegung und da lernen wir dann, warum das Thema nicht gut funktioniert. Die Situation kann zu anstrengend sein. Da sind wir bei Schlaf, Stress und Verbrauch. Und das Erleben ist dann auch, dass wenn ich das Konstrukt verlasse, dass das schlecht wäre. Aber durch das Verlassen des Konstruktes, dadurch entsteht ja die Lebensqualität. Das ist ein großes Problem. Ein großes Problem, weshalb wir auch so unsere Kreise ziehen mit verschiedenen Diäten und dann gibt es irgendwie den neuen Trend und dann muss ich den mal ausprobieren. Vielleicht ist das die Lösung. Und so springen wir von Diät zu Diät. Wir steigen in ein neues Boot ein und dann hat das Boot irgendwie ein Leck und anstatt um uns das Leck zu kümmern und die Lebensqualität mit einzubeziehen, springen wir aufs nächste Boot. Und dann springen wir zum nächsten Boot und da ist dann auch wieder ein Leck, weil wir den Genuss und die Lebensqualität nicht mit einbezogen haben und die ganze Steuerung einfach zu anstrengend ist. Ich bin überzeugt davon, dass man zu gewissen Anteilen selbst verstehen muss, wie man dieses Thema ganzheitlich für sich löst. Also das heißt nicht nur über die Abnahme, nicht nur über die Einschränkungen, sondern vielleicht auch über den Aufbau und auch unsere Muskulatur und Fettverteilung ist extrem wichtig für unsere Langlebigkeit und unsere Gesundheit und die Frage, wie lange wir unser Leben so genießen können. Ich bin überzeugt davon, dass man selber der Experte für sich in seinem Alltag werden muss, um das Thema wirklich gut zu lösen. Und das ist das, was ich hier leisten möchte. Die Frage ist natürlich, wie? Und da möchte ich jetzt tiefer mit dir einsteigen. Ganz, ganz wichtig, wir werden jetzt auch hier über Ergebnisse sprechen. Ergebnisse in der Gewichtsteuerung entstehen immer durch dein Verhalten gekoppelt mit deinem Verbrauch, den du eben in der Situation hast, deine Stoffwechselrate. Wir können nicht einfach nur das Verhalten nehmen und dann sagen, ja Mensch, also dann werden wir so und so viel abnehmen über die ganzen Kalorienrechner und so weiter. Das funktioniert nicht. Wir müssen mit einbeziehen, wo unser Verbrauch wirklich steht. Und was ich dir absolut empfehlen möchte, ist in der Gewichtsteuerung eine Woche als Basis zu nehmen. Und ich möchte dir auch sagen, dreh den Spieß um. Schau, wie viel Genuss passt denn in eine Woche? Und in dieser Woche möchte ich dann vielleicht erst mal mein Gewicht halten. Aber ich möchte testen, Mensch, wie viel Genuss kriege ich denn in diese Woche und kann mein Gewicht halten? Andere Frage wäre natürlich, wie viel Genuss kriege ich in die Woche und wie viel Lebensqualität, während ich abnehme? Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt heute am Sonntagabend irgendwie mit den Nachbarn etwas esse oder auch einfach mal zusammen sitze und Wein trinke oder im Restaurant bin, dann stellt sich ja die Frage, Mensch, also wenn ich diesen Genuss haben möchte, ja, wo kann ich denn an anderer Stelle ansetzen, um die Verantwortung für diesen Genuss zu übernehmen, dass ich die Kalorienbilanz dahin sortiere, wo ich sie denn haben möchte? Das ist doch die wertvolle Frage. Und da möchte ich dir ein paar Stellschrauben hier mitgeben. Die erste Frage ist immer in der Zufuhr der Kalorien, was essen wir? Dann, wann essen wir? Wie oft und wie viel? Über diese Fragen kannst du deine Zufuhr sehr gut verstehen und auch sehr gut steuern. Und das Was hat dann vor allen Dingen mit unserer Sättigung und den Nährstoffen zu tun. Mit den anderen drei Stellschrauben kannst du über die Portionsgröße und die Häufigkeit sehr gut und relativ einfach dein Gewicht steuern im Alltag. Dann in der Ausfuhr der Kalorien, in der Ausgabe ist natürlich Bewegung und Sport interessant. So würde ich das sortieren. Einmal Alltagsbewegung, Schritte im Alltag und dann Sporteinheiten, egal ob jetzt Hobbysport oder auch Sport im Fitnessstudio. Vier Dinge habe ich unten noch hingeschrieben. Das heißt, etwas, was nicht verhandelbar ist, ist unser Schlaf und unser Stressniveau. Das hat hier viel mit diesem Thema zu tun und eben auch unser Verbrauch und vor allen Dingen unser Hunger. Jetzt ist die Frage, muss denn das, was wir essen, perfekt sein, damit wir möglichst gut gesättigt sind oder ist es vielleicht mal okay, ein Hungergefühl auszuhalten? Das ist ja der Effekt von einer schlechteren Qualität in der Ernährung, dass ich weniger Sättigung habe. Das macht natürlich die Abnahme schwieriger, aber vielleicht ist es mal okay, eine Pizza zu essen und dann im Gegenzug morgen ein bisschen mehr Hunger zu haben, weil die Pizza eben schlecht gesättigt hat. Ist das vielleicht gut oder möchtest du dann eine Sporteinheit machen, um die Pizza zu kompensieren? Also ich würde nicht direkt eine Sporteinheit machen, um die Pizza zu kompensieren, sondern ich würde dann am nächsten Tag vielleicht etwas Hunger aushalten und dann nochmal besonders auf Proteine und Gemüse achten und vielleicht auch meine Schrittzahl etwas erhöhen. Das heißt, auf die Dinge, die hier in der Kalorienbilanz passieren, habe ich ja auch immer mehrere Möglichkeiten zu antworten. Und diese Flexibilität auch in den Antworten, ich kann mit Sport, mit Schritten, mit Fasten reagieren oder was auch immer. Das ist ja genau das, was das Feintuning in meiner Herangehensweise ist, wo ich überzeugt davon bin, dass du das für dich lernen musst und selber anwenden kannst. Da kann dir ja niemand einen Plan machen für das ganze Jahr und die nächsten 30 Jahre. Dann ist natürlich noch wichtig, dass wir uns hier das Gewicht angucken. Ich habe dir einfach mal eine Tabelle aus diesem Jahr hier reingeklatscht. Du solltest unbedingt mit dem wöchentlichen Durchschnitt arbeiten, denn es gibt hier auch mal Situationen, wo das Gewicht sehr stark nach unten schwankt und man irgendwo zwei Kilo Gewichtsverlust sieht oder auch ein Kilo in einer anderen Situation, wenn man die Hälfte des Gewichts hat und dann auch eine Woche, wo man gar nicht abnimmt. Und es kann natürlich sein, dass die Waage da etwas schwankt. Sie schwankt im täglichen hauptsächlich, aber im wöchentlichen auch noch etwas. Und um zu verstehen, was unser Einsatz auch bringt und wie viel Genuss wir in die Woche integrieren können, müssen wir irgendwo mit dem Ergebnis arbeiten. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und wir finden nur das Leben, das wir wollen, wenn wir uns damit beschäftigen, was wir wollen. Wie soll denn ein Leben in der Gewichtssteuerung, in der Ernährung und mit Sport, Bewegung und Schlaf und Stress für dich aussehen? Wozu bist du denn bereit? Das ist ja die große Frage. Wie darf es denn aussehen? Die andere Frage ist, ja, was funktioniert denn nicht? Ja, nie wieder Süßigkeiten zu essen wird für mich nicht funktionieren. Will ich nicht. Will ich nicht. Und das ist natürlich auch eine sehr gute Info, um dann eben mein Verständnis von der Antivision zu füllen. Dazu lernen und besser werden. Nicht nur in dem Verständnis, wie es aussehen darf, sondern auch im Verständnis von den Werkzeugen, die ich habe und wie ich auf soziale Anlässe reagieren kann, was wirklich wichtig ist, wie ich mein Gewicht ohne Kalorien zählen steuere, wie ich vielleicht einen solchen Aufbau mache. Das sind alles so Dinge, die wir hier in diesem Thema lernen dürfen. Und wenn du daran Interesse hast, möchte ich dir einfach an das Webinar am 10.11. erinnern. Da werden wir über viele, viele dieser Inhalte hier sprechen. Wir wollen die Flexibilität und Lebensqualität hochhalten. Im nächsten Schritt wollen wir auch Dinge ändern, die keinen hohen Preis haben. Wir wollen die Lebensqualität und Genuss hochhalten und dann wollen wir Einsatz bringen, denn wenn wir nichts verändern, verändert sich natürlich auch nichts auf der Waage und in unserer Figur. Und da habe ich jetzt auch nochmal zum Ende ein paar Vorschläge an dich, die du mal nehmen kannst und für dich wenden und drehen kannst. Ich finde es durchaus akzeptabel, nicht zu essen, wenn wir keinen Hunger haben. Natürlich gibt es viele Gründe, warum wir zu essen greifen, vor allen Dingen auch emotional, aus Langeweile, weil es uns jemand angeboten hat. Dazu habe ich einen Podcast vor einiger Zeit gemacht und das etwas auseinandergenommen und versucht zu besprechen, wie wir das auch ändern können. Aber ein ganz toller Grundsatz wäre ja erstmal, Mensch, ich strebe an, zu essen, wenn ich Hunger habe und wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich auch nicht. Denn das, was ich ja esse, soll mich ja im ersten Schritt erstmal nur sättigen. Deswegen essen wir aus großem Grund. Die anderen Gründe, das können wir dann noch für uns besser verstehen und verändern. Ganz klar ist auch, weniger Mahlzeiten sind oft einfacher. Habe ich weniger Aufwand, ich muss mich weniger um die Qualität kümmern, ich muss weniger Entscheidungen treffen bei den Lebensmitteln, in der Portionsgröße und ich kann mich auch häufiger satt essen. Was nicht verhandelbar ist, oder ja, was nicht verhandelbar ist, sind Proteine und Schlaf und als nächster Punkt würde ich dir auch empfehlen, deine Schrittzahl auf ein gewisses Niveau zu heben und das sind so 7000 bis 8000 Schritte. Das hilft bei dem Verbrauch und verbessert die Sättigung. Wir sehen, dass Personen mit wenig Bewegung mehr essen als Personen mit moderater Bewegung, deswegen schlägst du da zwei Fliegen, drei Fliegen mit einer Klappe, weil du auch deine Gesundheit über die Schritte eben verbesserst. Und dann wollen wir uns bewusst entscheiden für Genuss und wir wollen die maximale Lebensqualität mit guten Ergebnissen auf der Waage. Und um eben aus den Diäten rauszukommen, müssen wir dieses starre Konstrukt auflösen. Und das geht nur, wenn ich selber das Ganze anwenden kann und wenn ich auch mich bewusst für Genuss entscheide und dann auch die Verantwortung dafür übernehme. Die Verantwortung für die Masse an Genuss, die ich in meinem Leben haben möchte, dann ist vielleicht etwas mehr Sport nötig oder andere Dinge sind nötig. Und dadurch, dass wir mit dem Ergebnis arbeiten, lernen wir ja überhaupt, wie viel Genuss im Rahmen meiner Zielsetzung in Ordnung ist. Und deswegen ist dieses ergebnisorientierte, aber auch ergebnisoffene Arbeiten so wichtig. Fang erst mal an, schau dir das Ergebnis an, schau dir an, welche Lebensqualität dir wirklich wichtig ist und dann verändere die ersten kleinen Dinge und dann schau auf die Waage, was das für einen Effekt hat und dann steuere selbst über diese Stellschrauben. Das wäre meine Empfehlung. Meine Empfehlung wäre auch, die Extreme zu testen, um zu verstehen, was da passend ist und was überhaupt passiert. Ich habe zum Beispiel Experimente gemacht, in dem ich mehrere Wochen nur eine Mahlzeit gegessen habe und erfolgreich zugenommen habe, was ja eher paradox ist. Wenn man eine Mahlzeit ist, geht das eigentlich eher in Richtung Abnahme. Hat funktioniert. Ich habe auch täglich über mehrere Wochen ein halbes Kilo Eis gegessen von Ben & Jerry's, was so ungefähr 1200 Kilokalorien hat. Da gehen die Grüße raus an Cookie Dough. Obwohl das jetzt mittlerweile fast abgelöst wurde durch Netflix & Chill, kann ich sehr empfehlen. Diese Dinge sind auch bei mir im Alltag drin und damals habe ich einfach getestet, ob ich jeden Tag ein halbes Kilo Eis essen kann und trotzdem abnehmen kann. Die Antwort war ja. Hat sich sehr komisch angefühlt und ich wollte nach diesen knapp vier Wochen auch nicht erst mal eine Zeit lang nicht mehr Eis. Es gibt auch ein zu viel an Genuss. Wahnsinnig interessant. Hat bei mir ganz viel gelöst. Ist es zu anstrengend und du hast schon einige Schleifen hinter dir, dann wärmste Empfehlung, dich mit dem Aufbau zu beschäftigen, dich mit deiner Muskelmasse zu beschäftigen und mit deiner Stoffwechselrate. dann darfst du es dir einfach wieder einfacher machen. Wir können uns durch die Diäten in ein Loch wirtschaften und das ist auch etwas, worauf ich mich in Zukunft wesentlich mehr konzentrieren möchte, dabei Menschen zu helfen. Die Abnahme ist die eine Sache, da kann ich Disziplin reinschießen und bekomme eben das raus, was ich da eben reinschieße und ich kann das natürlich cleverer machen oder etwas behäbiger. Ich kann es mir einfacher machen oder schwieriger machen, aber letztendlich haben wir alles schon mal abgenommen und das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Wenn der Aufbau da ins Spiel kommt und die Stoffwechselrate, dann wird das etwas schwieriger und da möchte ich in Zukunft mehr helfen. Und deswegen noch mal zum Abschluss, abzunehmen hat Effekte. Das ist ganz klar und nur in Reduktion und weniger Essen mehr bewegen zu denken, das funktioniert nicht gut auf Dauer. Ich bin auch der Meinung, dass Individualität absolut Trumpf ist. Ich bin der Meinung, dass die Lösung darüber stattfindet, dass du selber weißt, was für dich der richtige Weg ist und dass du selber steuern kannst im Alltag. Denn was für mich okay ist in meinem Alltag, muss für dich nicht okay sein. Also ich glaube kaum, dass wir den denselben Alltag haben. Und deswegen coache ich auch seit vielen Jahren eins zu eins und individuell für die beste Lösung eben in deinem Alltag. Früher habe ich mit Videokursen angefangen, 2016, 2017, da habe ich aber wirklich gemerkt, dass das den meisten Menschen nicht hilft. Ich denke, ich werde sehr wenig in diesem Bereich in den nächsten Jahrzehnten ohne individuelle Unterstützung Menschen helfen. Es braucht die individuelle Stützung, es müssen die individuellen Fragen geklärt werden. Und wenn du daran Interesse hast, dann kann ich dir nur wärmstens unser kostenloses Kennenlerngespräch empfehlen. Da unterhalten wir uns zu dir und deiner Situation und schauen, ob wir dir helfen können und ob das für uns beide passend ist. Wir lernen uns da erst mal kennen, unterhalten uns über alles ganz unverbindlich und wenn du daran Interesse hast, findest du mehr Infos unter www.iamfasting.de slash Termin. Und ansonsten kann ich dir nur wärmstens das Webinar empfehlen. Da habe ich wirklich alles reingepackt in diese 90 bis 120 Minuten, was ich da unterbringen konnte. Wir besprechen verschiedene Bereiche. Wir besprechen einen alltagstauglichen Ansatz für die Abnahme mit Genuss, ohne Zählerei. Wie funktioniert das? Wir werden auch mehr und tiefer in das Wochenschema einsteigen und natürlich auch tiefer in den Aufbau. Wir werden auch ein bisschen über Emotionen sprechen, natürlich, und über die Gegenrichtung eben der Abnahme, den Aufbau. Ein Leben ohne Diäten ist dabei das Ziel. Dafür trete ich hier an. Deswegen mache ich hier diese Arbeit. Und da hast du nochmal die Infos zu diesem Webinar, 10.11. um 11 Uhr mit anschließender Fragerunde. Da freue ich mich sehr drauf. Das hat letztes Mal einen riesigen Spaß gemacht. Wir hatten auch einen besonderen Gast, die liebe Sabine, die dieses Jahr, ja, fast ein halbes Jahr den Weg des Aufbaus gegangen ist und das war lebensverändernd für sie. Also da werden wir einen tiefen Einblick vornehmen, in das, wie eine ganzheitliche Gewichtsteuerung ja in der heutigen Zeit auch einfach funktionieren darf. Also es ärgert mich da noch etwas, wie wir noch im 20. Jahrhundert sind und da noch viel eben einfach die Diäten anwenden. Aber so ist es und mit einzelnen Schritten verändern wir das. Deswegen danke, danke dafür deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du ja hier den Kanal unterstützt mit einem Abonnement, mit einem Kommentar. Die lese ich alle und gebe mir große Mühe, sie zu beantworten. Egal ob Spotify oder YouTube, wenn du hier eine Bewertung hinterlässt oder einen Kommentar, da unterstützt du uns massiv, damit diese Inhalte mehr Menschen erreichen. Danke für dein Ohr, danke für deine Unterstützung. Ich hoffe, da war eine Menge dabei und dann lasst uns den Marsch loslegen in ein Leben ohne Diäten.